Hallo, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast, Wladimir Putin. Herr Putin, die EU hat Sie mehrfach wegen des Krieges in der Ukraine kritisiert. Zuletzt wurden drei Marinesoldaten nach der Konfrontation vor der Krim verhaftet und unrechtmäßig verurteilt. Die EU droht Ihnen nur mit Sanktionen. Was sagen Sie dazu? Das interessiert mich alles nicht. Was in Russland rechtmäßig ist, entscheide ich. Und falls die EU weiter gegen uns vergeht, drehe ich das Gas ab. Wenn du auch gegen Krieg bist und für unabhängige Gerichte, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.